Hallo und herzlich willkommen zurück zu TTT! Nö. Man muss sich ja hier durchsetzen ohne Hände. Was? Auch die armen Nuka. Wir haben wieder alles alleine gemacht. Wie hab ich heute das Gefühl? Wie hab ich heute das Gefühl? Jedes Mal, wenn Ruko stirbt, wir holen die Spiele. Das ist so wie... Wie heißt der Film? Der alte Film, Amela Sinzern ist. Da hat sich doch auch immer Einzug geholt. Das mach ich immer mit Ruko. Heißes, ich meinte gerade. Werden die Opfer gemacht haben? Nein, ich besterben. Bitte lass mich doch hin. Nein. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Oh, die schlägt los. Ach ne, die Waffe nicht. Ach ne, die Waffe nicht. Ach ne, die Waffe nicht. Was ist das denn? Meine Fresse. Darf ich mal eine andere Waffe haben? Ah, die ist gut. Die ist gut. Nee, kriegst du nicht. Nee, die behalte ich. So. So, jetzt noch mal. So. Ach du Scheiße. Ah ja. Da bleib ich noch ein bisschen länger hier. Hä? Ja, klar. Jetzt hat die mich eh ja ab. Die Waffe hat leider einen kleinen Fehler. Dass wenn die Traitorfalle mit den Außentüren aktiviert wird. Und der Innocent rausgesogen wird. Heißt das nicht automatisch, dass man schon läuft. Dann müssen sie tot stürzen. Weil man kommt weder rein noch raus. Okay. Okay. Ah ja. Ey. Also wenn man das Flugzeug verlässt, ist man nicht tot. Oh Alter. Okay. Bisschen vorne hier. Und ein bisschen vom Feuer verlässt. Warum hab ich denn Schaden gekriegt? Ich auch. Ja, durch das Feuer werd ich ein bisschen verletzt. Aber es ist ein Schlimm. Ja, toll. Aber das ist in Ordnung. Ich liebe es. Ja. Ich liebe das Feuer. Ich liebe das Feuer. Ich mach mir jetzt langsam ein bisschen Sorgen. Aber sind wir nicht alle ein bisschen verknallt in das Feuer? Nein, so. Äh. Naja. Wir haben da. Warum machst du hier Sorgen? Luca, warum machst du hier Sorgen? Ja. Okay. Auch wenn es ist so. Ey Leute, wieso ist das, wenn man... Braucht man hier einen Fallschirm? Wegen was machst du hier Sorgen? Na ernsthaft jetzt? Wenn man außerhalb ist, ja, ne? So du bist man tot. Nein, wenn du außerhalb bist, dann bist du tot. Ihr Psycho. Wenn Luca sowas schon sagt, ist sie schon wieder Draitor. Erzähl mal Luca. Nee, man muss ja wohl ein bisschen die Map erklären, ne? Und kommt man hier außerhalb? Hiiii. Wenn du außerhalb bist, bist du tot. Nein, ob man hier... Das hat Roco gerade groß und breit erklärt. Ja, die Trater können die Türen öffnen. Ja, ich bin hinter dir. Erzähl mir deine Sorgen. Ich kann dich auch fragen. Außentüren? Toll, ey. Soll ich gleich mich in den Tod stürzen, ey? Boah, ey. Ich glaube, es gibt kein Reher. Es wird nicht was. Äh, da geh ich nicht weiter. Hier wurde ein später Tür aufgemacht. Ey, ey. Spaß beiseite. Ich lass nur keine Ruhe. Ich will sie ja nicht ärgern und sagen. Oh je. Jemand ist, äh... Ich saß schon nicht mehr. Ich saß schon nicht mehr. Seiko? Ja, also... Was war das? Also ich bin eh unschuldig. Mach das doch von Kunst. Also eigentlich würde ich das mal ausprobieren. Jaaaaaaah. Das klappt auch nicht. Oh je. Doch, das ist doch eigentlich ein Teil. Ja, aber bis du das zusammengefunden hast, es dauert Uhrzeit. Ähh. Ach man. Was war das eben? Gähnen. Ja, ich hab ein bisschen gegeben. Entschuldigung. Nein. Halb psycho. Nein. Aber die Map ist cool, weil die hatten wir auch schon. Ich finde die eigentlich ganz geil. Also ich mag die. Es sei denn, wenn jemand Brandgranaten irgendwo reinschmeißt. Ja, das ist scheiße. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja. Wir lieben das Feuer. Ja, ja. Sehr. Sehr. Sieger. Gruß mit der Worte. Gruß mit der Sterne. Gruß mit der Sterne. Und grüß mit dem Mund. Lukas Traitor, wenn die schon wieder so drauf ist. Ja. Oh, halb Sache. Natürlich. Nimm mal diese Psychologie während dem Spiel. Finde ich herrlich. Welche Psychologie? Ja, weil jeder Kreuz nicht anders, wenn der Traitor ist. Ja, weil jeder Kreuz nicht anders ist. Warum so gut, denn? Ja, weil jeder Kreuz nicht anders, wenn der Traitor ist. Jetzt habe ich recht. Ja, weil jeder Kreuz nicht anders, wenn der Traitor ist. Jetzt habe ich recht. Pfeil. Ach, das ist ja Psychologie letztendlich. Also das ist ja die Psychologie letztendlich. Ist auch die Kreuz. Falls man was analysieren, ist ja nichts anderes als Psychologie. Psychologie. Psychologie, ne? Also die Psycho lesen. Brandgranaten sind aber auch bloß. Du leute, ich hab meinen Bild und Arztrauch gefallen. Hab dem Zuschauer ein bisschen was erklärt. Jetzt reicht's aber, ich will die nicht vernichten. Was war dann? Was war dann? Was war dann? Was? Hallo? Hi. Ich ahne schon wer es ist. Der ist Psycho. Oh hier ist ein Toter. Die defizieren. Deine Ebenhilfe. Es war Psycho. Hat er nicht gerade noch geredet? Ja aber echt. Okay Nuka und Ruku sind jetzt schon wieder. Ich bin es nicht. Oder soll ich sagen Ruku und Nuka. Äh Nuku und Ruka. Nuku und Ruku. Hi. Hier stehen sie alle. Hallo. Hallo. Was ist denn da hinten noch los? Nix. Aino. Aino. Wer ist da? Auf mich wird geschossen. Hi. Durch die Glas, durch Flexi-Glas. Aino. Das geht aber. Durch Flexi-Glas. Oh je. Entschuldigung. Schießt ihr euch schon wieder gegenseitig ab? Ja ich bin verletzt. Ich will das sehen. Sag mal ich will auch sehen wie du verletzt wurdest. Was? Ja ich will nicht. Wir sehen wie auch wie geschossen wird. Was? Kann man eigentlich. Kommt man. Kann man, kommt man eigentlich. Und wieso klemm ich hier fest? Hm. Kann man, kommt man. Kommt man, kann man. Ja hier kannst du auch sterben. Halt! Ah! Oh oh. Er war erschrocken. Wer war das? Ich weiß nicht. Das klingt wie ein Schuldeingeständnis. Oh Gott. Wie können wir denn nur alle so erschrecken gehen? Okay. Hier liegen Tote. Mann. Oh. Wer lebt noch? Okay. Wer nicht antwortet wird erschossen. Also ich lebe noch. Ist klar ne. Aber ich hab... Meine Fresse ey. Angst. Ja sorry ne. Also... Na vielleicht auch nicht. Aber egal. Nee nichts ist. Geh runter. Geh runter. Geh runter. Ich geh nicht runter. Ich geh hier lang. Lass mich in Ruhe. Wer lebt noch? Ich. Und wer noch? Wer? Wer schießt hier auf mich? Und wieso? Ich hab übrigens nicht auf Künste geschossen. Nun gar. Nein. Ich hab nicht geschossen. Okay. Dann waren dann vielleicht die Geister. Ja. Ja. Es sind hier nur Psycho und Firaxo confirmed. Ja und wo sind die anderen? Entweder noch nicht confirmed oder... Oder sie leben noch. Oder... Ja. Sie leben noch. Jaaa. Sie leben noch. Sie leben noch. Sie leben noch. Ja. Ja. Na klar. Shopping Queen oder was? Ja. Mhm. Mach sie weg. Was? Nein. Wenn du mich rummachst. Geht gar nicht. Ja natürlich geht das. Siehst du doch. Das geht nicht. Ich bleib bestimmt nicht stehen. Das Problem ist immer so schrotze. Hahaha. Das Problem ist immer so schrotze. MitОn. Sauber. Konfirmst du sie mal bitte? Wohhhhhhh! Geilo! Du musst dich immer nicht gleich zur Arbeit machen! Das war dein Finale mit Sieben! Du hast dich voll durch die Scheibe geschossen! Ich hätt sie voll gegönnt! Was ist das denn? Das müssen die mal fixen hier! Ohhhh! Ich hab nur 3 Leben! Aber nicht nur von mir, oder? Nee, da hab ich ungefähr 40 verloren! Aber es kann auch daran liegen, dass da eine Waffe durch die Tür gepackt ist! Da bin ich jetzt nicht so sehr krass! Ich wollte eigentlich nur Aufmerksamkeit und ich treff dich irgendwie! Ich bin hier echt nicht sicher, ob das war normal, aber du müsst die Tür erst aushalten! Natürlich! Ich hab schon wieder mit einem Dome! Ich hab schon wieder mit einem Dome! Geh doch mal weg da! Der ist schon wieder ein Sieger hier! Der ist schon wieder ein Sieger hier! Der ist wieder nur ein Siegel! Au! Könnt ihr das mal lassen? Ja, ich mach das! Könnt ihr machen, wenn jeder einen gefähr hat! Ich bin das hier! Jetzt bin ich durch! Ich bin durch! Ja, ja! Ich bin nur vorbei! Hey! 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 Was ist denn jetzt los? Nein, ey! Wunder Tobi hier aus Nunuka! Au! Äh! Oh! Äh! Hast du mal gestorben? Okay! Okay, die Tobi war. Im Flugzeug? Ja, leider. Okay, da schießt jemand auf den Arm. Boah, ich bin grad noch dran und hier. Boah, ich bin auch nicht weg. Trotz mit dem Fasager Tobi an der Seite. Ja, ich bin einfach in den Sitz hängen geblieben. Ich hab eigentlich voll lange gesehen, aber ich bin hängen geblieben. Du hast voll lange gesehen gehabt, das ist fähig. Ja, aber ich wollte halt zur Seite springen, aber... Boah, Pirax, du wärst mal weiter hinter dir hergelaufen. Alter, war das eine schnellere Runde. Wer war es denn? Tobi und wer war es denn? Ich. Natura. Alter Fall. Das war eine super schnelle Runde. Blitzrunde. Das tat gut, das tat jetzt nicht. Schön, habt ihr gut gemacht. Warte, haben wir das recht. Aua. Ja. Ach nein, nicht die schnitteste Scheißbügel. 209. Boah, die Tür. Die Tür. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Oh Gott, ey. Aber wenn ich die eine Scheibe durchschieße, hat die eine, die andere kein Loch. Ernsthaft jetzt? Ja, kein Loch, sag da. Ja, ist so. Okay, guck mal. Doch, beide Scheiben. Ne, die andere hat auch eins. Ja, keine. Bei mir schon. Bei mir schon. Oh, jetzt, jetzt. Okay, alles klar. Bei mir hat es diesmal nur auf meiner Seite ein Loch. Okay, egal, dann nimm ich dir. Chris, du hast sogar geschossen. Aha, aha, aha. Äh, 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 äh. Äh, ich... Was? Ich brauch Zeug. 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 Ja, du kommst du wieder Traitor. Brauchst du das? Thorsten, alles gut bei dir? Ja, genau. Krass. Thorsten ist es, Thorsten ist es, Thorsten ist es. Komm, hör, ich komm runter, denn. Warum? Haribo Goldberg. Ey. Es ist hundertprozentig, er hat... Was? Ist es? Warte, wer, wer, wer? Er hat einen Traitor weggenommen, er ist es hundertprozentig. Wer, wer, wer? Quincey. Quincey. Ja, es kann gut sein. Er ist hier reingegangen, hier. Okay. Es kann nur der Traitor aufbauen. Ja, ja, ja. Ja, es geht natürlich nicht. Lol. Das ist schon sehr schlecht. Luca ist, glaube ich, schon wieder Traitor. Weil die wollte wieder allein sein. Allein. Allein, allein.. Okay. Da bimmelt es wieder. Bing, bing, bing. Bing, 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 bing. Ist hier wieder Luca. Dies verdammt of Traitor. Genau. Den haben wir auf der Wallerablab onbi. Er hat sich hier unten in der Ecke versteckt und war innocent. Oh mein Gott, warum ballerst du auf mich, Forsten? Ich hab auch jemanden gefunden. Zeit! Haben mir alle ges... Boah, das hat ein ganzes Recht. So! Äh, Entschuldigung. Okay, ich hab gerade meine Tatrixen gehört. Und... Wer lebt noch? Ich lebe noch. Okay. Gleich nicht mehr. Ja, wie war es so? Das ist für dich nicht deine Runde. Ah, sehr schön. Ah, sorry. Ich muss einfach mal eine Klappe halten. Warum? Und ich wollte das jetzt groß ankündigen, nur auf dich Jagd machen, aber... Aber wieso ist die Falke aufgegangen? Ich hab gesagt, gleich nicht mehr. Schönes Teamwork, Nuka. Schönes Teamwork, Nuka. Ey, die ist schon wieder Traitor. Was ist denn da los, Nuka? Die Tür darf noch mal aber nicht aufgehen. Roku startet Server neu. Also zu meiner Verteidigung, ich bin seit lange wieder Traitor gewesen. Ich war wirklich eine lange Zeit innocent jetzt. Oh, du bist so niedlich. Du bist so niedlich. Das ist süß, ne? Das ist voll süß. Das ist voll traurig. Quincy, kann ich nicht nur was tun? Ja, Quincy will uns zum Weinen bringen. Ja, echt. Was? 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 Hä? Warte. Oh, aufpassen, Leute. Oh, das ist ja. Oh, ne. Reiko, sagtest du nicht noch zu mir? Ich finde es gut, dass du variierst und selber tust es nicht? Boah, geh weg. Doch, hab ich ja. Hast du alles sicher gemeint? Ja, ich krieg immer nur die Dingenswaffe ab. Hier, die... Äh... Ne, 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 ne. Ich hab heute ziemlich viel Salzgeber. Kann man das... Kann man das... Kann ich... Kann ich... Man kann die aber aus der Entfernung sehen. Weißt du? Ich höre überhaupt nichts mehr. Warte mal, warte mal. Ich hatte heute das erste Mal Michael Jackson an diesem Abend. Also ich hab viel variiert. Ich hatte erstmal Shooter King. Dann hatte ich die Tobi-Bahn. Und jetzt das erste Mal Michael Jackson an diesem Abend. Und jetzt das erste Mal Michael Jackson an diesem Abend. Er ist wenigstum. Sag mal jetzt. Versuch mal die Luki aufzumachen. Was? Versuch mal die Luki aufzumachen. Sag mal. Okay. Sehr gut. Alles klar. Und jetzt hast du dein Beweis. 幾... Ich bin der Senn. Erstmal das. Stimmt. Warte mal! Dann mach du dich ab... Mach auf. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Dann schieße ich auf dich. Ich hab ja immer schon versucht... Aufzumachen. Es geht ja nicht. Ok. Ok. Doch. Alles klar. Wir sind cool. Wir sind cool. Wir sind cool. Wir sind cool. Cool. Ganz ehrlich. Du kannst dich ja auch da drauf stellen und sagen, ich krieg's nicht auf. Ja, schon klar. Ich war ganz ehrlich. Ja, Hugo denkt, ihr seid alle tru. Das ist jetzt aber eine fiese Aussprache. Okay, das war ich nicht. Na, Tobi, läufst du aus Prinzip weg, ich merk schon. Ja. Nuck, Tura. Voll versagt, ey. Tura. Ja. Ich bin weg. Ich mach's nicht. Wo ist der Tuch rein? Ah, nein! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay. Wer wimmelt? Wer fimmelt dann? Oh, bitte. Ich hab's ja mit Toben. Boah. Warte. Okay, Toben. Alles, alles gut, alles gut. Was war das denn? Ihr redet aber alle durch die anderen, ne? Ich muss mit Tuba hin. Leute, muss mit Tuba hin. Ich hab mich wo. Na ja. Besteck dich irgendwo. Ja, da muss jetzt die Nummer ziehen, wer was sprechen will. Ach du Scheiße. Ich hab's ja mit Tuba hin. Aber jetzt nicht sagen, dass du Tobi. Und er war auch Traitor. Und Tura ist tot. Ich hab ihn gekillt. Er war Traitor. Ach du Scheiße. Dann sind wieder Tobi oder Nuka. Ach Gott. Also ich nicht. Ich verkrümmel mich hier hinten. Mir ist doch egal, wann wir waren. Ja, das sagst du. Ja, dann finde mich. Und dann tauchst du wieder hinter mir auf und machst mich kalt. Hinter mir. Ja, alles klar. Wie die letzten Uhr. Nein, ich bin nicht. Ich bin ja wohl oft genug gewesen. Okay. Wer lebt denn überhaupt noch? Ja, ich. Ich lebe erst, wenn einer von euch beiden tot ist. Okay. Okay. Ach nee, Quincy lebt auch noch. Ja gut, Quincy lebt auch noch. Ja, dann ist es Quincy. Ah, okay, okay. Ist klar. Ja, dann ist es Quincy. Ja, dann ist es Quincy. Ja, dann ist es Quincy. Okay, wie rags ist tot. Oh mein Gott. Tobi? Oh mein Gott. Tobi? Wer hat mich denn hier durchgetropfen? Wer hat mich hier getropfen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab gar alles gemacht. Oh mein Gott. Wer war in meiner Nähe? Wer hat mich hier durchgetropfen? Ich war in dein Zimmer. Ja! Ey, könnte... Ja! Ja, ist alles gut, Roku. Ich hab kein Problem mit dir. Okay. Luka? Im real life? Äh, Tobi. Okay, Tobi ist auch tot wie rags ist tot. Ich hab so ein Piepen auf dem Ohr gehabt. Wer hat... Was war denn dann? Quincy? Äh, ich? Ruka und ich. Äh, Roku. Entschuldigung, Roku. Ich hab dich vergessen und du. Ach, scheiße, gar nicht so leicht. Okay, keine Ahnung. Also irgendwie... Auch wenn ich... Auch wenn ich... Ich wieder komplett verhaue, aber... Ich traue irgendwie Psycho wegen der... Mach mal die Luka auf. Nur mal. Dankeschön. Das ist nett. Ich bin... Ich bin auch wirklich interessiert. Also... Also... Aber trotzdem, geh von mir weg. Trotzdem, geh von mir weg. Danke. Dankeschön. Du schlägst es sich wieder... Bestimmt in irgendwelchen Löchern. Wieso raten? Wieso raten? Wieso raten? Riechen überall rein. Schlipp. Tch. Tch. Oh, scheiße. Oh nein. Du könnt machen, was ihr wollt. Oh... 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 Das klingt jetzt nicht sehr beruhigend. Wer lebt doch? Ich? Ja, ich auch. Ja, dann wohl ist es Quincy immer noch. Also wenn du Psycho nicht mehr lebst, dann kannst du ja nur noch du sein, wenn keiner mehr überlebt. Aber zieh dich. Auf mich wird geschossen! Auf mich wird geschossen! Ja, dann bin ich. Hau ab! Ja, warum schießen du auf mich? Warum schießen du auf mich? Ja, ey, weißt du nicht, hat keiner mehr was gesagt. Also muss ich ja davon ausgehen, dass du ein bist, ne? Voll Idiot. Ja, sagt ja keiner mehr was, ob der Wehrwand lebt, ne? Ich sage die ganze Zeit, dass ich lebe! Ja, aber du bist der Einzelste! Und die Runde ist ja noch nicht vorbei! Ich will nicht hin! Nein! 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 Bist du eigentlich zu dumm zum Kacken, oder was? Alter Nuka, der ging voll daneben! Alter! Nuka ist es, ich hab sie gestellt! Okay! Okay! Es wird mir echt leid, aber wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt... Aua, du saust! Sie hat es überlebt! Aaaaah! Scheiße! Aaaaah! Aaaaah! Ich hab gedacht, du wärst im anderen Raum! Was?! Ich hab gedacht, du wärst im anderen Raum! Sag mal mal triff den Quincy, sag mal! Quincy! Quincy, ich war doch unschuldig! Warum hast du mich gekillt?! Jaaaah! Ein kurzes Polz! Dann können wir auch Bier nehmen. Achso, ich hab dich nur was gemacht, weil ich einfach in deinen Raum reingelaufen bin, ja? Luca hat sie mitgekriegt, ne? Ich hab eigentlich auf jemanden anders gewartet, aber du kannst uns auf jeden Fall noch nicht lesen. Na ja, der Seiko, der passt auch.